Das FBI steht an erster Stelle der Exekutivorgane unserer Nation. Man, setzen Sie sich bitte. In unserer Mission kann es keine Fehler geben. Und das heißt, wir erwarten nicht weniger als Perfektion. Hey, FBI! Sie müssen bitte alle sofort den Zug verlassen! Erheben Sie sich. Ich nehme Ihnen jetzt Ihren Eid ab. Willkommen im Weißen Haus, Peter. Haben Sie schon mal von Night Action gehört? Es ist ein streng geheimes Ermittlungsprogramm des FBI. Ich soll ein Night Agent werden? Gott, nein. Sie gehen einfach nur für die ans Telefon. Das Telefon klingelt nur selten. Ja, ich höre. Ich bin in Gefahr. Da sind Einbrecher. Was soll ich tun? Es wird alles gut. Ich bin schon auf dem Weg. Zwei unserer Agenten wurden getötet. Sie verdächtigt irgendwen im Weißen Haus, etwas mit der Bombe zu tun zu haben. Wir sind jetzt hinter mir hier, nicht wahr? Los! Ich habe Befehle, Sie mit meinem Leben zu beschützen. Je mehr Sie wissen, desto gefährlicher wird es für Sie. Sie wissen nicht, wo Sie da reingeraten sind. Ich habe was gefunden. Hier geht es nicht mehr um einen Terroranschlag, sondern um ein versuchtes Attentat. Vielleicht stecken Sie mit ihm unter einer Decke. Wir sind wirklich auf meiner Seite, ja. Kommen Sie! Ich habe Ihnen nicht alles erzählt. Der Plan, den Sie haben. Peter! Wenn irgendwas davon schief geht... bin ich erledigt. Linken Sie! Linken Sie!